Wir wollen zum Wort kommen. Jesaja 29, Abvers 9 lesen wir. Und Gott hat uns im Gebet vorhin erinnert an das Wort von Paulus im Philipperbrief, der das gute Werk in euch angefangen hat, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi. Und das ist ein Wort, was Gottes Herz offenbart. Er hat etwas angefangen und er wird es auch vollenden. Und das sehen wir schon von der ersten Seite der Bibel. Das sehen wir, wenn wir zurückschauen auf die Schöpfung. Und wenn wir dann die letzte Seite sehen. Er ist das A, er ist das O, Omega, im Griechischen ist es der letzte Buchstabe, in Deutsch wäre es besser, er ist das A und das Z. Er hat angefangen und er wird vollenden. Er hat uns Menschen geschaffen. Er hat etwas angefangen. Er hat gesagt, wir wollen Menschen schaffen, die unser Bild entsprechen, die uns ähnlich sind, die unsere Kinder sind. Und er hat es angefangen. Und ja, es ist was dazwischen gekommen. Aber Gott hört nicht auf. Er hat die Menschen, er hat uns nicht verworfen. Er hat nicht gesagt, okay, sie haben sich von mir abgewandt. Gut, dann war es das. Ich schaffe eine neue Welt. Ich schaffe ein neues Universum. Nein. Denn ja, in seiner Allwissenheit, er wusste ja, was passieren würde. Und auch wenn wir diese Dinge nicht bis ins Letzte begreifen können, wenn du anfängst, in diese Richtung nachzudenken, denkst du so, diese Gedanken, das ist mir zu hoch. Aber ja, wir sehen das eigentlich. Vieles in der Schrift zeigt uns das. Gott ist nicht überrascht worden von unserem Sündenfall. Nein, Paulus sagt, das ist ein großes Geheimnis, was in 1. Mose 2 steht. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und die beiden werden ein Fleisch sein. Ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Der Heilige Geist hat ihm diese großartige Offenbarung geschenkt, als Gott die Welt geschaffen hat, als er uns Menschen geschaffen hat. Da hat er, und er hat es ja nicht alleine gemacht, Christus war mittendrin, wir lesen das in Kolosser, er hat mit dem Vater zusammen diese Welt geschaffen. Der dreieinige Gott, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, sie haben zusammen diese Welt, sie haben uns geschaffen. Und ja, Gott, als er Mann und Frau geschaffen hat, dann hat er das ganz bewusst so geschaffen in dieser Konstellation, weil er wusste, diese, ja, diese Menschen, diese meine Menschen, sie werden einen Retter brauchen. Sie werden einen brauchen, der sie liebt und sich selbst hingibt für sie. Und deswegen sagt Paulus, ich deute das auf Christus und die Gemeinde. Wisst ihr, Gott wusste, dass es so schwer werden wird mit uns Menschen. Aber seine Liebe ist so groß, dass er gesagt hat, ich mache es trotzdem. Ich will, ich will, dass meine Liebe sich offenbart auf diese herrliche Art und Weise. Und ja, das schließt auch Leiden und Schmerz ein und Tod. Ohne das ist die Liebe nicht vollständig. Erst darin offenbart sie sich in ihrer Vollständigkeit, in ihrer Fülle. Und ja, und du und ich, wir gehen durch schwierige Zeiten, der eine oder andere von uns geht durch Leiden, die schwer sind, die einem fast vielleicht unerträglich erscheinen. Aber ich sage dir, das, was geschieht, ist Gottes Werk in dir und in mir, weil er uns so liebt. Er formt uns. Er formt uns, dass wir tatsächlich ihn widerspiegeln. Und die Leiden, die wir durchleben als seine Kinder. Ja, Paulus spricht von den Leiden des Christus, die überreich auf uns gekommen sind. Das heißt, wir gehen durch diese Leiden und wenn wir mit Gott durch diese Leiden hindurch gehen, dann ist es etwas, wo seine Liebe in uns das bewirkt, was er sich vorgenommen hat. Nämlich, dass wir ihm ähnlich werden. Gott sitzt nicht irgendwo auf seinem Thron im Himmel und dreht Däumchen und denkt so, ja, boah, was mache ich denn heute mal? Gott ist ein liebender Vater, so wie wir eigentlich auf Erden keinen Vater kennen. Und, wisst ihr, wenn du dir den besten, den liebevollsten Menschen, den du dir vorstellen kannst, wenn du den vor Augen hast, ich sage dir, der ist nichts gegen die Liebe unseres Vaters. Und er ist bereit, all diese Leiden auf sich zu nehmen und das hat er uns bewiesen. Er hat es uns gezeigt, er hat sich auf höchste Weise offenbart, im Sohn, in Jesus, in der Bereitschaft, diese Leiden zu durchleben, in unsere Schule hineinzukommen, in das Leben eines Menschen, der aufgrund der Sünde leidet. An der Trennung von Gott, an der Trennung von dem, der die Quelle des Lebens und der Liebe ist. Was das alles für Folgen hat. Und Jesus ist hineingekommen ins Fleisch. Er ist selber Mensch geworden, so wie du und ich, um all das zu durchleben und zu durchleiden. Wie du und ich. Nein, noch mehr. Er hat es auf eine Weise erlebt, wie wir es nicht erleben. Weil er ohne Sünde war. Mittendrin in einer sündhaften Welt. Weil er gerecht, vollkommen gerecht war. So wie du und ich nie gerecht sind. Wisst ihr, manchmal fühlen wir uns so ungerecht behandelt, oder? Manchmal fühlen wir uns so verletzt von all dem, was so Menschen uns antun. Aber wir sind nicht rein. Wir verletzen selber. Wir handeln selber ungerecht. Haben es oft genug getan. Aber Jesus war ohne Sünde. Und ist ohne Sünde geblieben. Und so hat er in vollkommener Weise gelitten. Bis zum Tod am Kreuz als Schwerverbrecher. Für dich und für mich. Und darin zeigt er diese Liebe Gottes, die Liebe des Vaters, die bereit ist, alles zu tun. So wertvoll bist du. Darüber haben wir immer wieder auch gesprochen in der letzten Zeit. Und das ist Gott wichtig, dass du das weißt. Wie wertvoll du in seinen Augen bist und wie sehr er dich liebt. Und deswegen, wenn wir diese Worte jetzt lesen, die teilweise auch krass sind, dann ist das Teil eingebettet, eingebunden in diesen großen Plan Gottes. Das gute Werk, was er angefangen hat, will er vollenden. Für die ganze Schöpfung. Hier in Bezug auf Jesaja. Er spricht ja zuerst und vor allen Dingen zum Volk Israel in seiner Zeit. Ja, das Werk, was er in Abraham angefangen hat, was in Abraham, Isaac und Jakob angefangen hat, das Werk, das gute Werk, was er mit Israel angefangen hat, seinem Volk, auch das wird er vollenden. Und diese Worte, die Jesaja hier an das Volk Israel richtet, sie gehören. Sie sind Teil dieses Werkes, was Gott tut. Er spricht sein Werk, um genau das, sein Wort, um genau das zu bewirken, dass sein Werk vollendet wird. Und so ist dieses Wort hier an Jesaja, das ist eins der Kapitel, das sehr, sehr häufig im Neuen Testament zitiert wird, interessanterweise. Und gar nicht mal unbedingt die Verse, die wir herausnehmen würden, wo wir sagen, ja klar, das spricht vom Neuen Testament, das spricht von Jesus, das spricht von dem, was Jesus tun würde. Genau die Verse würde ich zitieren. Nee, im Neuen Testament werden andere Verse zitiert, wo du dich denkst, also die Verse, die würde ich gerne lieber weglassen. Also Gott spricht zu Israel, weil er sein Werk vollenden will, weil er arbeitet an Israel. Und es ist aber nicht nur für die Zeit gesprochen, in der Jesaja gelebt hat, sondern auch für die Zeit Jesu. Jesus zitiert diese Worte in seinem Dienst. Es ist aber auch für die Zeit des Paulus, nach Jesus Tod und Auferstehung, in der Verkündigung des Paulus. Er zitiert diese Verse. Und es sind aber auch Worte an uns heute. Wir lesen jetzt in Vers 9. Stutzt und staunt, seid verblendet und erblindet. Sie sind betrunken, doch nicht vom Wein, sie taumeln, doch nicht vom Rauschstrang. Denn der Herr hat einen Geist tiefen Schlafs über euch ausgegossen. Ja, verschlossen hat er eure Augen, die Propheten und eure Häupter, die Seher, hat er verhüllt. Und jedes Gesicht ist für euch geworden wie die Worte einer versiegelten Buchrolle, die man einem gibt, der zu lesen versteht, in dem man sagt, lies das doch. Er aber sagt, ich kann nicht, denn es ist versiegelt. Und man gibt die Buchrolle einem, der nicht lesen kann, in dem man sagt, lies das doch. Er aber sagt, ich kann nicht lesen. Wovon spricht Jesaja? Von einer großen Orientierungslosigkeit. Und gleichzeitig so blind. Und es ist eine ganz interessante Geschichte, wenn ihr euch das Zeugnis des Paulus anschaut. Ihr könnt das nachlesen in Apostelgeschichte 9, Apostelgeschichte 22, Apostelgeschichte 26. Es wird uns einmal berichtet von Lukas und dann erzählt Lukas zweimal, wie Paulus sein Zeugnis weitergegeben hat. Und das Interessante ist zu sehen, dass in diesem Zusammenhang, wo Paulus erkannt hat, dass er blind war, dass er in dem Moment blind wird. Geblendet von der Herrlichkeit Jesu Christi wird er blind und hilfsbedürftig. Man muss ihn an der Hand herumführen. Es ist dieser Moment, wo dieser stolze, selbstgerechte Paulus, der meint, alles richtig zu wissen, alles richtig zu tun, alles richtig zu machen. Der vielleicht genau das ist, was er in 1. Korinther 13 dann gesagt hat. Wenn ich alle Erkenntnisse hätte und hätte die Liebe nicht, dann wäre ich nichts. Und genau das war es. So große Erkenntnisse von Gott durch sein Wort. Aber das Eigentliche, das, worum es wirklich geht, das Herz Gottes, das war ihm verschlossen. Weil sein eigenes Herz Gott gegenüber verschlossen war, ohne dass er das verstanden hat, ohne dass er das begriffen hat. Blind. Und er wurde blind in dieser Situation und ich glaube, Gott hat das gebraucht, um ihm seinen geistlichen Zustand zu zeigen. Um ihm zu zeigen, Paulus, das ist eigentlich dein Zustand. Und es hat ihn zerbrochen. Es hat ihn zerbrochen. Er hat gesagt, ja, Herr, du hast recht. Ich war so blind. Den, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat, den habe ich verfolgt. Gegen den habe ich mich hart gemacht. Ich habe große Töne gespuckt von Gott, von der Heiligkeit Gottes. Aber ich kannte Gott gar nicht. Und wisst ihr, er war so dankbar dann. Er war so dankbar, sein ganzes Leben so tief bewegt von der Gnade Gottes in Jesus Christus, dass Jesus sich ihm offenbart hat. Obwohl er so verhärtet war, dass Gott ihm sein Herz offenbart hat, ihm, der nicht würdig war. Aber er musste blind werden dafür, um zu erkennen, dass er blind ist. Und dann hat Gott ihn sehend gemacht. Durch einen Mann, der total Schiss hatte. Hananias hieß er. Als Gott ihm gesagt hat, hey, du sollst dich jetzt bitte mal um Paulus kümmern, um Saulus hieß er, sollst dich um Saulus kümmern, hat er gesagt, nee. Das, nee, 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 du weißt, Herr, ist das nicht witzig? Wie wir manchmal drauf sehen, Herr, du weißt nicht, was das für ein Typ ist. Das hat er so nicht wortwörtlich gesagt, aber sein Gebet scheint das so nahezulegen, dass er das gedacht hat. Herr, du hast keine Ahnung, dieser. Doch, natürlich weiß der Herr das. Er weiß es ganz genau. Aber er sagt, ja, geh zu ihm hin. Jesus sagt, geh zu ihm hin. Und heile ihn von seiner Blindheit. Dieser einfache Jünger, von dem wir sonst nichts wissen, in Damaskus. Ihn hat Gott gebraucht, um Paulus sehend zu machen, seine Blindheit wegzunehmen. Aber was zuerst passiert ist, ist, dass die Blindheit seines Herzens gewichen ist. Und das hat der Heilige Geist getan. Also nicht, dass das Gesundmachen Hananias gemacht hat. Das hat auch der Heilige Geist getan. Aber ja, Paulus zitiert diese Worte. Wenn er an Israel denkt, an die Verhärtung Israels, dann ist es nicht ein Herabschauen auf Israel, sondern ein Wissen darum, ja, ich war ja selbst so verblendet. Und dann hat Gott ihm diese wunderbare Offenbarung gegeben. Ja, die Blindheit wird nicht für immer bleiben über Israel. Das gute Werk, was er angefangen hat, wird er vollenden. Auch für Israel. Denn Jesus ist der Christus, der König Israels. Für Israel gesandt, von Israel verworfen. Er wird dabei wiederkommen. Und er wird der König Israels sein. Und sie werden den sehen, den sie durchbohrt haben. Und sie werden zu ihm zurückkehren. Hier geht es jetzt weiter in Vers 13. Und vorher wurde uns gesagt, ja, die Propheten, Vers 10, da steht ja, verschlossen hat er eure Augen. Die Propheten und eure Häupter, die Seher, hat er verhüllt. Was ist passiert? Wir lesen unsere Bibel bis Malachi. Und was lesen wir dann? Neues Testament, Matthäus. Aber dazwischen liegen 300, 350 Jahre. Was ist denn in der Zwischenzeit passiert? Die Propheten und eure Häupter, die Seher, hat er verhüllt. Es war kein Licht da. Ja, die Schriften waren immer noch da. Gott hat auch immer noch gesprochen und gewirkt in dieser Zeit in seinem Volk. Aber, ja, wo waren die Propheten? Wo sind die, die das Wort Gottes weitergegeben haben? Und was passierte dann? Dann kam Johannes der Täufer. Gott hat Johannes berufen, das Werk zu tun, was in Malachi steht. Malachi am Schluss steht. Der Elia wird kommen und das Herz der Väter zu den Kindern und das Herz der Kinder zu den Vätern neigen. Er wird diesen Ruf erscheinen lassen zur Umkehr. Und ja, viele werden umkehren zum Herrn. Und so hat es der Engel dann auch Zacharias, dem Vater von Johannes, vorausgesagt. Genau er ist derjenige, der im Geist des Elia diesen Dienst tun wird. Und das hat Johannes getan. Er hat gerufen, kehrt um zu Gott. Wendet euch zu Gott. Ja, er will euch taufen. Er will eure Sünde hinwegnehmen. Ja, es kommt derjenige. Er ist schon da. Der eine. Und so steht es in Vers 13. Der Herr hat gesprochen. Und so sprach Gott damals dann durch Johannes und dann durch seinen Sohn Jesus. Der Herr hat gesprochen, Vers 13. Weil dieses Volk mit seinem Mund sich naht und mit seinen Lippen mich ehrt, aber sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht vor mir nur angelerntes Menschengebot ist. Darum, siehe, will ich weiterhin wunderbar mit diesem Volk handeln. Wunderbar und wundersam. Ein Vers, den Jesus in seiner Lehre auch zitiert hat. Kannst du nachlesen in Matthäus 15. Vorhin habe ich gedacht, ja, was will Gott uns denn hier sagen? Er will uns eigentlich sagen, ich möchte, meine Sehnsucht ist, eine Beziehung von Herz zu Herz. Gott sehnt sich danach, eine Herzensbeziehung zu uns zu haben, zu dir ganz persönlich und zu seinem Volk. Eine Herzensbeziehung. Mir reicht das nicht. Ich will nicht ein toter Götze sein. Gott will das nicht. Äußerliche Religion ist Religion für einen toten Götzen. Gott ist aber der lebendige Gott, der uns geschaffen hat. Er will eine Herzensbeziehung. Und so hart dieses Wort auch klingen mag, wenn man es liest, wenn man es erstmal hört, es drückt Gottes tiefes Verlangen danach aus, eine Herzensbeziehung zu uns zu haben. Es drückt den tiefen Wert aus, den wir haben in Gottes Augen. Sein Volk. Er will nicht, dass wir eine oberflächliche Beziehung zu ihm haben. Er will das gute Werk, was er angefangen hat, vollenden. Er will, dass wir wirklich seine Kinder sind. und nicht nur den Namen haben. Er will dein Herz. Dein ganzes Herz. Und das ist das höchste Gebot, was Jesus zitiert hat. Als er gefragt wurde, was ist denn das wichtigste Gebot? Was sollte unser Leben bestimmen? Welches Ziel sollte unser Leben sein? Welchen Sinn hat unser Leben? Was sagt Jesus da? Agape. Liebe. Liebe. Liebe Gott von ganzem Herzen. Mit ganzer Seele. Und all deiner Kraft. So wie es schon Gott durch Mose gesagt hat. Das ist Gottes Herz von Anfang bis zum Ende. Es ist Gottes Herz. Ich will eine Liebesbeziehung zu meinen Menschenkindern. Und diese Liebesbeziehung, ja, die erfüllt sich da, wo einer den anderen liebt und der andere dann zurückliebt. So wie Johannes sagt, er hat uns zuerst geliebt. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Und das ist es. Gottes Liebe geht voraus. Sie ist da. Sie bleibt. Sie ist unwandelbar. Aber auch wenn wir uns abwenden, wir sehen das. Jesus hat es uns offenbart. Er sagt, na, wie ein Vater. Der hat zwei Söhne. Ja, die haben sich beide von ihm abgewandt. Der eine in offener Rebellion ist weggelaufen. Hört der Vater auf, ihn zu lieben? Nein. Der Sohn hat aufgehört, den Vater zu lieben. Er drückt und drängt ihn weg. Er will nichts mehr von ihm wissen. Er will sein eigenes Leben leben. Ich brauche diese Liebe nicht. Aber der Vater hört nicht auf. Er liebt und wartet, bis der Sohn zurückkehrt. Und als er zurückkehrt, als der Sohn endlich begriffen hat, diese Liebe, die ist doch was sehr Wertvolles. Etwas, was ich in dieser Welt sonst nicht finde. Ich glaube, ich gehe doch zurück. Vielleicht kann ich ein paar Brotkrummen von dieser Liebe empfangen. Wisst ihr, die Liebe ist unwandelbar des Vaters. Als der Sohn zurückkommt, er rennt ihm entgegen und schließt ihn in die Arme und sagt, Du bist mein Sohn, mein geliebter Sohn. Du bist es gewesen. Du bist es die ganze Zeit, als du weg warst gewesen und du bist es jetzt. Und jetzt wirst du es erleben. In vollem Ausmaß. Auch der andere Sohn, der sich nicht in offener Rebellion, sondern in innerer Rebellion. Und das ist genau dieser Sohn, von dem Jesaja hier spricht, oder? Ja, mit dem Mund, mit äußerlichem Dienst. Dem Vater wohlgefällig sein. Aber innen drin, ganz weit weg. Und dann kommt die Situation, wo es offenbar wird. Und das ist das Licht hier, was hineinkommt. Dass es Gottes Herz ist, mit diesem Wort hineinzusprechen. In dein Herz, in mein Herz, in unsere Gemeinde. Er will hineinsprechen und sagen, hey, ist das vielleicht so? Wenn es so ist, dann lass dich nicht davon abstoßen. Lass dich davon nicht angreifen, sondern lass dich gewinnen. Ich will eine Herzensbeziehung mit dir. Vers 14 Und ist es nicht interessant, dass Gott sagt, ja, dieses Volk, wenn ich mir das vorstelle, Also, wie gesagt, man kann es auf eine bestimmte Art und Weise lesen und dann denken so, Gott ist fertig mit seinem Volk. Er ist genervt. Aber das ist nicht so. Wie gesagt, es drückt die höchste, größte Liebe zu seinem Volk aus. Er sagt, weil dieses Volk mit seinem Mund sich naht und mit seinen Lippen mich ehrt, aber sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht vor mir nur angelerntes Menschengebot ist. Ich hätte dann gesagt, ja, dann war es das jetzt. Dann lassen wir es. Oder? Ich weiß nicht, ob du das kennst in Beziehungen. Wo du dich mühst, wo du dich einsetzt, wo du irgendwie dein Herz investierst und dann der andere aber, ja, dich so abblitzen lässt. Dich verletzt. Dich ungerecht behandelt. Und du dann in deinem Herzen denkst, okay, gut, dann lassen wir es. Dann war es das jetzt. So ist Gott nicht. So ist Gott dir gegenüber nicht. So ist Gott den Menschen gegenüber nicht. Ich will weiterhin. Ich bleib dran, sagt Gott. Ich bleib dran. Ich will weiterhin wunderbar mit diesem Volk handeln. Wunderbar und wundersam. Und die Weisheit seiner Weisen wird verloren gehen und der Verstand seiner Verständigen sich verbergen. Auch ein Vers, den Paulus dann zitiert. In 1. Korinther 1, Vers 18. Das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Das Wort vom Kreuz. Der Sohn Gottes kommt als Mensch und stirbt am Kreuz als Schwerverbrecher. Das soll Heil bringen. Das soll Rettung bringen. Der, der da gekreuzigt wurde, soll der König der Welt sein. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Ja, wir sehen in ihm die Liebe Gottes offenbar. Die Liebe, die bereit ist, für mich, für uns alle, für unsere Sünden, alles zu geben, zu sterben. Denn es steht geschrieben, ich werde die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen werde ich verwerfen. Wo ist ein Weiser, wo ein Schriftgelehrter, wo ein Wortstreiter dieses Zeitalters? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte. Also was bedeutet das jetzt? Es war Gottes Plan. Es entspricht der Weisheit Gottes, dass die Menschen in ihrer, und ich würde hier hinzufügen, weltlichen Weisheit, in ihrer von Gott losgelösten Weisheit, in ihrer von Sünde beherrschten Weisheit, können sie Gott nicht erkennen. So hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt, die Glaubenden zu retten. Und das ist es. Es ist Predigt. Gott verkündigt sein Wort. Er sagt, das ist mein Evangelium. Ich sende meinen Sohn. Ich habe meinen Sohn gesandt in Jesus von Nazareth. Er hat in dieser Welt gelebt, gelitten und ist gestorben als Schwerverbrecher. Er war aber ohne Sünde. Und er hat die Sünde des ganzen Volkes, ja, der ganzen Menschheit getragen. Und dadurch ist die Sünde getilgt. Alle, die an ihn glauben, haben Zugang zu Gott, dürfen eine Neugeburt erleben, erfahren. Denn er ist auferstanden von den Toten. Und diese Kraft, die ihn den Tod hat überwinden lassen, die wirkt auch in uns, wenn wir ihm glauben, sodass wir neu geboren werden, aus dem Tod, aus der Blindheit. Ins Leben, ins Licht. Die Glaubenden, die diese Botschaft annehmen. Und weil den Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt. Den Juden ein Anstoß und den Nationen eine Torheit. Und wie gesagt, wir dürfen das nicht vergessen. Paulus, wie gesagt, spricht hier aus eigener Erfahrung. Ein Jude, der Anstoß genommen hat an Christus, an den gekreuzigten Christus. Ein Jude, der im griechischen Raum aufgewachsen ist, durchaus vertraut mit Redeweisheit, mit Rhetorik, geschult in Rhetorik. Jemand, der einen hohen Bildungsstandard hatte. In jüdischer Hinsicht, aber auch in griechischer Hinsicht. Diese Botschaft ist doch dumm. Der Christus soll gekreuzigt worden sein? Nee. Und Paulus sagt, so ist es in dieser Welt. Aber wir predigen das, weil es für einige zum Heil wird. Nämlich die, die berufen sind. Den berufenen selbst, aber Juden wie Griechen, ist es Christus, der Gottes Kraft und Gottes Weisheit ist. Christus ist es. Und das ist das, worum es hier eigentlich geht. Jesus ist das Herz Gottes. Jesus Christus ist das Herz Gottes. Seine Liebe, die sich selbst hingegeben hat für uns. In Christus kannst du zum Herzen Gottes vordringen. Du darfst in das Herz Gottes schauen, wenn du Christus anschaust. Aber es ist immer noch deine Entscheidung, ob du ihm dein Herz öffnest. Er hat sein Herz weit gemacht dir gegenüber. und mir gegenüber, uns allen gegenüber. Aber willst du ihn in dein Herz lassen? Willst du, dass er dich liebt von ganzem Herzen und dich von dieser Liebe verändern lassen, dass auch du ihn liebst? Mit allem, was du bist, mit Herz, mit Verstand, mit Kraft. Gott möchte dieses Werk in uns tun, durch seinen Heiligen Geist. Ja, wehe denen, die ihren Plan tief verbergen, so sagt Jesaja weiter in 29, Vers 15. Er sagt noch mal ein Wehe. Er sagt denen ein Wehe, die ein hartes Herz haben und behalten, die in ihrem Stolz bleiben, die ihre Sünde verstecken und weiterhin darauf setzen, ein gutes Image reicht. Wehe denen, die ihren Plan tief verbergen vor dem Herrn und deren Werke im Finstern geschehen und die sagen, wer sieht uns und wer erkennt uns? Oh, eure Verkehrtheit! Soll denn der Töpfer dem Ton gleich geachtet werden? Dass das Werk von seinem Meister sagt, er hat mich nicht gemacht und ein Gebilde von seinem Bildner sagt, er versteht nichts. David hatte diese tiefe Erkenntnis, Psalm 139. Er hat darüber nachgedacht. Gott, wie bist du und wie bin ich? Und ihm war ganz klar, glasklar, Gott kennt alles. Der kennt mein Herz durch und durch. Und selbst wenn ich in die Finsternis fliehe, er schaut auch ins Finstere. Auch das Finstere ist nicht finster bei ihm, sondern Licht. Er erkennt alles, er durchforscht alles, er durchleuchtet alles. Und am Anfang sagt er, im Psalm 139, am Anfang sagt er, Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Und dann sagt er, ich hatte diesen tiefen Drang, vor dir wegzulaufen. Aber wenn ich darüber nachdenke, vor dir wegzulaufen, dann ist das so sinnlos, weil man vor dir nicht weglaufen kann. Und ganz am Ende des Psalmes kommt er an diesen Punkt, wo er sagt, ja, Herr, erforsche mich. Ich will das. Ich will dir mein Herz öffnen. Ich will es zulassen, dass du an mein Herz herankommst. Ich will nicht vor dir weglaufen. Ich weiß, du bist gut. Und wisst ihr, durch Jesus wissen wir das noch viel mehr als David damals. Durch Jesus wissen wir noch viel mehr, in noch viel größerer, herrlicher Weise, dass Gott gut ist, dass er uns liebt, dass er für uns ist. Und er ringt um das Herz seines Volkes Israel, damals. Wisst ihr, und wir haben ja gelesen, in welchen geschichtlichen Umständen das war. Da gab es Krieg, da gab es äußere Not, da gab es, wisst ihr, aber viel mehr als mit deiner Krankheit. Viel mehr als mit deiner Not, was du auf der Arbeitsstelle erlebst oder in deiner Ehe oder in deiner Familie oder in deinem Freundeskreis. Viel mehr ist er beschäftigt mit dem hier. Das ist viel wichtiger für ihn. Dein Herz. Mein Herz. Und er sehnt sich danach, dass dein Herz, dass mein Herz ganz nah an seinem ist. Dass dein Herz und mein Herz so offen ihm gegenüber ist, wie sein Herz uns gegenüber offen ist. Er sehnt sich danach, dass diese tiefe Liebe, die in ihm für uns da ist und die aus ihm zu uns fließt, dass diese Liebe wirklich ausgegossen wird in unser Herz und zu ihm zurück fließt und zu unserem Nächsten. Ich kann es nicht sagen für dich, wie es bei dir aussieht, ob du ein geöffnetes, weit geöffnetes Herz für ihn hast. Dann freu dich und sei glücklich und lass ihn weiter wirken und arbeiten. Auch das, was er zu dir zu sagen hat, wo du vielleicht auch immer noch blind bist. bete mit David, prüfe mich und erforsche mich her und zeige mir, wo ich auf falschem Wege bin und leite mich auf ewigen Wege. Und da, wo du selber merkst, mein Herz ist hart Gott gegenüber, das muss nicht so bleiben. Das muss nicht so bleiben. Lass dir Jesus vor Augen führen, seine Liebe, seine Hingabe am Kreuz für dich. Und er hat etwas angefangen in dir. Er hat etwas angefangen. Und er will das auch vollenden. Er ringt darum, dass du dein Herz ihm öffnest und dich nicht verschließt, sondern dass du weise wirst und erkennst, ja, da ist ein, der Gott, der mich geschaffen hat, er liebt mich und er will, dass mein Herz von seiner Liebe erfüllt ist. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Herr, wenn wir tiefer hineingehen in dein Wort, dann finden wir kein Anfang, kein Ende. Und dein Wort, das fließt aus deinem Herzen, das offenbart uns deine Liebe. Es zeigt uns Jesus, deinen geliebten Sohn, den du für uns gegeben hast, Christvater. O Herr, wir bitten dich, dass du dein Werk weiter tust in uns. Herr, tu dein Werk in mir. Forme mich weiter, Herr. Ich will nicht mich verhärten in Selbstgerechtigkeit und Stolz. ich will nicht fern bleiben, von Ferne stehen, wie es über den älteren Sohn heißt, sondern ich will mich aufmachen zu meinem Vater. Ja, Herr, du kennst unser Herz, du weißt, wo wir uns versündigt haben, du weißt, wo wir ja uns, ja, wo wir Dinge vielleicht auch verstecken, im Geheimen, Jesus. Danke, dass es immer gut ist, ins Licht zu treten, zu dir zu kommen, weil in deinem Licht unsere Sünde gereinigt wird durch dein Blut. Herr, du willst nichts Böses, sondern du willst das Gute für uns, das bekennen wir und wir wollen uns ziehen lassen, mutig diese Schritte gehen, ins Licht zu kommen, Reinigung und Erneuerung durch deinen Heiligen Geist zu erfahren und wir wollen weiter in dir wachsen, Herr, und wollen diese Herzensbeziehung echt leben, heute an diesem Tag und auch in den kommenden Tagen erinnere du uns immer wieder durch deinen Heiligen Geist und zieh du uns nah an dein Herz, Herr, da willst du uns haben, da gehören wir hin und danke dafür, Jesus. Amen.